Wie rechnet man eigentlich mit Brüchen? Schauen wir uns einmal ein paar Beispiele an. Hier haben wir eine Addition und du weißt natürlich, dass man bei einer Addition immer auf denselben Nenner bringen muss. Jetzt stehen aber im Nenner hier keine Zahlen, sondern Variablen. Also müssen wir uns überlegen, der erste Bruch hat den Nenner A, der zweite Bruch hat den Nenner B. Wir suchen einen gemeinsamen Nenner und dieser gemeinsame Nenner kann in diesem Fall nur A mal B sein. Ist auch klar, weil ein A mal B ist sowohl das A als Faktor enthalten als auch das B. Und wie kommen wir jetzt dazu, dass aus diesem Bruch ein Bruch mit Nenner A, B wird und aus diesem Bruch auch ein Bruch mit Nenner A, B? Na ja, da schauen wir mal an, was fehlt denn diesem Bruch noch? Diesem Bruch fehlt in Wirklichkeit ein mal B. Weil wenn ich hier unten, du siehst es gleich, wenn ich hier unten mal B ergänze, dann habe ich ja genau diesen Nenner. Ich darf aber nichts an diesem Bruch ändern, deswegen muss ich oben genauso dieses mal B ergänzen. Sowas nennt man auch Brüche erweitern und beim Erweitern eines Bruches ändert sich der Bruch nicht. Und genau das will ich ja. Ich will ja den Bruch nur anders aufschreiben, dass ich ihn dann sozusagen verarbeiten kann. Ja, denselben Schmäh mache ich hier auch. Also ich ergänze unten das, was fehlt, bei diesem Bruch ein A. Und auch dieses A muss ich oben gleichermaßen ergänzen. Ja, und jetzt, wo ich diese Brüche auf selben Nenner gebracht habe, kann ich auch alles tatsächlich auf einen Nenner schreiben. Du siehst, hier oben steht 4B. Dann kommt ein Plus, das ist dieses Plus hier und 11A. Und das war es auch schon. Ich würde das Ganze noch alphabetisch ordnen. Also 11A plus 4B oben und zwischen A und B. Hopps, da fehlt ein Istgleich. Und zwischen A und B braucht man auch nicht unbedingt ein Malzeichen. Also AB. Ja, gut. Okay, das war dieses erste einfache Beispiel. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück zur Angabe. Man muss ja das nicht so genau aufschreiben, wie ich das hier gemacht habe. Man kann ja diesen Schritt hier auch weglassen. Und wenn du dir jetzt den Schritt von hier nach hier anschaust, ist eigentlich nichts anderes passiert, als dass du links oben mal rechts unten multipliziert hast. Also 4 mal B plus rechts oben mal links unten. Also 11 mal A dividiert durch unten mal unten. A mal B. So wie das Dorfwuchs auch in seinem Mathe-Song beschreibt, den ich auch gleich verlinken werde hier. Na gut. Schauen wir uns nochmal ein bisschen ein schwierigeres Beispiel an. Der eine Nenner heißt x minus 4, der andere Nenner heißt x plus 4. Die zwei Nenner haben nichts miteinander zu tun. Nun, ich muss wieder genau dasselbe machen wie beim ersten Mal. Ich muss meinen gemeinsamen Nenner x minus 4 mal x plus 4 nennen. Und jetzt immer daran denken, ein Bruchstrich ersetzt eine Klammer. Also x minus 4 mal x plus 4. Das Malzeichen kann man sich hier sparen. Und jetzt überlege ich wieder, was fehlt denn dem ersten Bruch, damit ich auf diesen Nenner komme. Na gut. Der erste Bruch hatte als Nenner ein x minus 4. Also fehlt ihm ein x plus 4. Das bedeutet, ich schreibe hier mal x plus 4. Das ist dieses x plus 4. Und fehlen tut dem Bruch ein x plus 4 zusätzlich noch. Na ja. Also dann hier nochmal x plus 4. Jetzt steht hier ein Minus. Und gerade wenn ein Minus steht, es ist besonders wichtig, dass ich die Klammer hier setze. Also x minus 4 gehört dem zweiten Bruch. Und was fehlt dem zweiten Bruch jetzt noch, dass ich auf diesen gemeinsamen Nenner komme? Na gut. Der zweite Bruch hat ein x plus 4 in der Angabe. Also dem fehlt jetzt noch das x minus 4. Und wenn du jetzt genau schaust, siehst du, das sind alles binomische Formeln. Ich kann das eben so ausrechnen. x plus 4 mal x plus 4 ist die Formel x² plus 8x plus 16 minus, Achtung, Klammer ist bei Minus immer wichtig, Minus, und jetzt die zweite binomische Formel, x² minus 8x plus 16. Und im Nenner steht die dritte binomische Formel, also x² minus 16. Solche Dinge wie die binomische Formel, das wäre sehr praktisch, wenn man das sofort sieht, dass diese Formel hier anzuwenden ist. Gut. Fassen wir weiter zusammen. Ein Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen in der Klammer um. Also, das schreibe ich mal ab, beziehungsweise ich kann natürlich auch Copy und Paste machen. So. Alle Vorzeichen umdrehen. Also, Minus x². Aus dem Minus 8x wird ein Plus 8x. Und aus dem Plus 16 wird ein Minus 16. Unten steht nach wie vor x² minus 16. Und jetzt muss ich oben nur mehr zusammenfassen. Na ja, schauen wir uns mal die x² an. x² minus x² fällt weg. Plus 8x plus 8x sind 16x. Und plus 16 minus 16 fällt wieder weg. Unten steht jetzt nach wie vor x² minus 16. Und das war es auch schon. Kürzen kann ich hier nicht, weil unten ein böses, böses Minus steht.